Der Zauberer und sein Lehrling. So oder so ähnlich könnte man das Landshuter Torhüter-Duo bezeichnen. Da ist zum einen der Kanadier Brian Stewart, die klare Nummer 1 des EVL. Mit einem Gegentorschnitt von 2,79, zwar nur im Mittelfeld der DEL 2 platziert, aber trotzdem der ganz große Rückhalt der Landshuter. Übrigens seine erste Europastation. Gedraftet wurde ich von den Philadelphia Flyers aus der NHL. Gespielt habe ich aber hauptsächlich in der American und East Coast Hockey League. Und letztes Jahr habe ich mich dann zum Schritt nach Landshut entschlossen. Eine gute Entscheidung, auch wenn der 28-Jährige zuletzt manchmal etwas überspielt wirkte, zudem war er leicht verletzt. Deshalb durfte des Öfteren der Kronprinz ran, der 19-Jährige Marco Eisenhut. Ja, ist natürlich super, wenn man das Vertrauen kriegt und dann eben als junger Torhüter dann solche Spiele machen kann. Und das hat mich an Erfahrung reicher gemacht. Es war ein super, super Gefühl. Gefördert hat ihn vor allem der scheidende Trainer Jirschi Ehrenberger, der ja ab Samstag als Sportdirektor nach Ingolstadt geht. Nach einigen Einsätzen in der Oberliga bei den Erding Gladiators überzeugte der gebürtige Deggendorfer Eisenhut auch in der DEL 2. So wie er jetzt spielt auf Anhieb in der 2. Liga, also Hut ab, dass er so gut die Situation meistert. Und der wird sicherlich auch noch vom Spiel zum Spiel besser. Je mehr Spielpraxis er bekommt, desto sicherer und besser wird er. Liegt auch und vor allem an Kumpel Brian Stewart. Die beiden fanden sich von Beginn an sympathisch, sind mittlerweile gute Freunde. Und beide profitieren auch voneinander. Tja, einiges. Ich habe mir schon einiges von ihm abgeschaut im Training, weil er doch durch seine Größe einige Sachen anders macht. Ein paar Sachen kann ich zwar nicht so machen, weil ich ein bisschen kleiner bin, aber es gibt schon ein bisschen was, was ich mir abschauen kann. Ich war eigentlich in jedem Team immer auch mit meinem Goalie-Partner befreundet. Grundsätzlich spornt man sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Das ist bei Marco und mir nicht anders. Eine dicke Freundschaft also gepaart mit einem ganz kleinen Schuss Rivalität. Schließlich gibt es im Tor ja jedes Spiel nur einen Platz zu vergeben. Als Konkurrenzkampf will der Lehrling das Ganze aber trotzdem nicht oder zumindest noch nicht sehen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns vom ersten Tag super verstanden. Wir sind gute Freunde, machen auch viele Sachen außerhalb von uns. Also Konkurrenzkampf eher weniger. Aktuell profitiert Marco, Sohn von Ex-Spieler und Trainer Günter Eisenhut, sehr von der Erfahrung von Stuart. Aber er hat selbst schon angesprochen, Stuart's Stil zu kopieren, ist aufgrund des Größenunterschieds nicht möglich. Ich hoffe schon, dass ich ihm ein paar Dinge beibringen konnte, aber jeder muss auch seinen eigenen Stil entwickeln. Aber Marco ist da auf einem guten Weg. Das sieht auch Ehrenberger so. Landshut ist ja überhaupt in den letzten Jahren ein hervorragendes Pflaster für deutsche Goalies. Vielleicht kann Eisenhut diese Tradition ja fortsetzen. Wenn ich an Timo Pilmeier oder an den Sebastian Vogel denke, die haben als deutsche, hochtalentierte Torleute, die zurück eben auch zum Beispiel aus der DEL oder aus Nordamerika gekommen sind, die haben 60, 70 Spiele hier in der zweiten Liga gespielt und dann eben den Sprung in die DEL. Und wenn ich jetzt sehe, wie die in der DEL aussehen, der Sebastian Vogel oder der Timo, die gehören zu den besten vier, fünf deutschen Torhütern, die überhaupt in der Liga sind. Das ist eben Landshut, das ist auch Verdienst von Landshut. Noch wäre ein Vergleich mit diesen beiden aber viel zu früh und wäre auch viel zu viel Druck für ihn. Talent hat Eisenhut aber auf alle Fälle. Jetzt geht es darum, ihn behutsam zu einem Nummer-eins-Goal in der DEL 2 aufzubauen und auch beruflich will er die Weichen für die Zukunft stellen. Jetzt erst mal schauen, wie es vom Eishockey weitergeht. Und dann möchte ich natürlich ab nächster Saison schauen, dass ich ein Studium beginne oder eine Ausbildung mache. Das ist noch nicht ganz sicher. Aber das entscheidet sich dann die nächsten Monate. Jetzt gilt aber erst mal die volle Konzentration dem Sportlichen. Und da ist das Ziel klar. Natürlich wollen wir am Ende im Meister werden. Das ist unser Hauptziel.